Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich bin von Neuer Gameplays als Hobby und wir sind unterwegs am Punkte sammeln, wie bei Pokémon Tech und DX. Wir suchen an den neuen Gegner und wir sind jetzt sogar bis Runde 4 gekommen. Gegner suchen? Natürlich. Halbfinale. Ne, doch Halbfinale. Schauen wir mal, gegen wen wir spielen dürfen. Guck mal, da hat zweimal ein Antons gespielt. Interessant, okay. Scheint wohl immer ein bisschen zu dauern, bis hier anscheinend ein Spiel vorüber ist, damit man sieht, gegen wen man jetzt spielen kann. Vorausgesetzt, wir spielen wahrscheinlich genug Leute das Turnier hier. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich ja cool hier mit diesem Turnier. Das gefällt mir. Sowas müsste es auch bei Pokémon Tech und DX geben. Wobei, gibt's glaube ich auch, oder? Da kann man ja so Gruppenkämpfe machen und irgendwas einstellen. Hm, Halbfinale und jetzt brauchen wir einen Gegner. Will aber keinen Gegner auftauchen, wie es aussieht. Ich muss mal meinen Kater suchen. Ich bin gleich wieder da. Wir suchen ja eh noch einen Gegner, von daher. Okay, ich habe meinen Kater gefunden. Und wir haben einen Spieler gefunden, sogar zugleich. Adrian. Mit Luigi. Schon wieder Luigi. Mit Luigi hatte ich eben gerade ein bisschen vor allem Probleme gehabt. Der war gar nicht mal so verkehrt und schlecht. Schauen wir mal, wie der Adria mit Luigi klarkommt. Ja, mit diesen Stopp-Bane rechnet irgendwie nie einer. Kann ich auch. Oh. Keine Umknatsche. Ach komm. Der hätte schon bekommen müssen. So'n Scheiß. 50. 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 51. Es bringt nichts, immer nur nach hinten zu spielen, wenn der Kerl immer nach hinten ist. 50. 52. 52. 52. 52. 52. 53. 55. 55. luxury. Nein! Das ist der einzige Knopf, den man nicht doppelt drücken darf. Zum stärker Schwingen. Schon wieder. Mist. Meine eigene Waffe. Nein! Er hat draus gelernt. Ja, lau dich. Ja, lau dich. Ja, lau dich. Ja, lau dich. Nein! Ah, so Mist. Alle, die Luigi spielen, sind gut. Ja, das ist gut. Ähm. Ach komm. Das gibt's da nicht. Der hätt ich eigentlich kriegen müssen. Scheiße, ne. Nee, das gibt's doch nicht. Mist. Meine Energie war leer. Okay. Get off. Was ein Spiel. Ja, noch einmal. Komm schon. Jawoll. Oh, scheiß. Noch eine Runde. Oh, was ist jetzt los? Warum hat das so gehongen? Ich konnte nichts machen. Ja, toll. Jetzt während das Spiel so scheiße hängt. Oh, ja. 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 Oh, ja.